134 142 22 822 hat schon ekelhaft 29 22 29 24 84 82 82 90 Luftpumpe der wird bei mir noch schlechter der wird auf 8 runter gebreedet bin ich mir sicher das ist so schön ich dachte schon was siehst du denn hier was geht denn hier so komisch so warte 192 ja ich weiß nicht 90 95 50 ist halt auch schwach 50 55 was ist denn das alles Alter was ist denn der höchste dass ich einmal ein Männchen mache ein gutes das ist mir jetzt egal wie groß oder klein ich ähm was ist denn das ich mache einmal tue ich sie duplizieren dass ich dann ein bisschen siegen kann ich muss das höchste zu Männchen machen hier was ist das tamed 134 wild 90 90 und 95 95 erbietet mehr wild 20 50 50 50 50 50 90 95 ok haben wir schon eins können wir das lassen 95 wild 130 ok ok perfekt 130 25 60 ok dann lassen wir das hier das tun wir da hin dann machen wir die anderen alle zum zum weibchen und haben dann einmal ein bisschen für die was für die schlachtbank ich meine zum streicheln liebe kinder das ist einfach nur zum streicheln gedacht einfach umschreibung hier ein bisschen tut mir leid zum knuddeln dann verdoppel ich die halt erstmal ich meine verdoppel schadet ja nicht so es geht darum ähm swap the gender of ok passt gut einmal zweimal dreimal viermal die sind ja nicht so hoch ich hab die doch nie komisch so das hier oder was ja die farben sind geil das wird ne geile mischung so alles weibchen jetzt und dann können wir in wieso sind die mating ready hä das ist nur von männchen auf weibchen geht das nicht von weibchen von weibchen ne warte ich muss kurz überlegen wenn du von ne normalerweise sind die nicht mating ready wenn du das geschlecht wechselst was hä das ist doch verbuggt geht doch nicht ok das ist doch eigentlich komisch ich meine es ist ja okay ich beschwere mich hier nicht das haben wir ja gestern schon durchgehabt wenn es scheiße los wäre verstehe ich jetzt nicht ganz muss ich dann gleich die schafsherde da hierher führen oder was nicht die alte abgott ganze stadt nicht echt ein schäfer gleich ich muss die ich werde dir mal kurz ich muss nämlich eine schafsherde hierher führen ich muss kurz aufs dach tun genau das ist der plan das ist der plan dass die station es auch saugt ich kann hier wachsen ist ok nochmal schauen ob wir genug seelen haben in der station für die ganzen viecher 47 weil ich werde es trotzdem auch wenn es jetzt die schafe sind mit mutation machen einfach immer mutationen vielleicht kriegen mehr lebensmutation drauf weil mehr leben desto mehr mehr ding mehr 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 Fleisch Fell oder was auch immer mal gut an die man schauen von Ah, ist nicht sogar recht, ne? Ja, immer belebter Server. Sehr, sehr beliebt und belebt. Ich habe keine Chance, irgendwann den neu zu starten. Und zu safen. Das ist der Verrückte, der gestern um halb drei oder so. Wann warst du gestern da? Technik ist um halb drei oder so, ne? Wenn so lange alles läuft, ist es egal, passt doch alles. Das war so spannend. Der Psycho. Ich warte gerade nur noch auf die Impulsdinger hier. Ich glaube, dass... Ich glaube, es ist von mehr Leuten der Schlafhüpfel im Arsch als nicht im Arsch. Ich glaube, dass das neue Arsch... Also das Arsch ist das neue richtig. Oder so ähnlich. Die, die normalen Schlafhüpfel haben... Das sind die Gearschten hier. Aber warum saugt die das nicht auf? Das verstehe ich nicht. Was macht... Warum macht die das nicht? Ich habe das alles genauso eingestellt wie bei der anderen. Keine Ahnung, warum... Hat die Wasser steht? Ist doch egal, wo die steht. Die wird doch alles andere auch machen. Steh nicht. Die hat doch Seelendinge, alles hat sie. Die hat keinen Bock. Ich tue den doch mal hier hin. Braucht die eine Foundation? Auch nicht. Nee, ich bin mit denen... Ich bin mit denen überall immer hingegangen. Hab Schweinereien gemacht, egal wo. Da kriegt sie Seelendinge. 30. Kannst du mehr haben. Nee, umgekehrt. Du wolltest den Staub in die Splitter und dann kriegst du... Kannst du daraus Samen machen. Die Tiere droppen ja Staub. Ähm... Ja, warte... Ja, das sagt das auch. Das... Das meine ich ja. Das... Das... Zack. Aber... Spät jetzt. Jetzt kommt er mit diesen Ausreden. Jetzt kommt er mit denen hier. Hier wird nichts. Hier wird nichts. Hier wird nichts. Hier. Kein Unterschied zu sonst. Ich sag's schon immer wieder. Ich sag's immer wieder. Ich sag's immer wieder. Das schon eher, ja. Da... Da... Da kann ich mich mit anfreunden. Da bin ich ja selbst betroffen. Ich will ja kein Massenbuilding machen, aber... Ich weiß... Ich kann nichts aber sagen. Das war's. Ende des Satzes. Ach du Guck. Deja Vu hier. Ist der Erste... Der Männliche oder was? Ja, okay. Ich glaube... Ich muss ein bisschen näher bringen. Ist das perversichtlich jetzt... Den... Den... Mit allen... Also... Also... Der darf mit allen hier? Geht das so überhaupt von der Range? Da freut sich wer, wa? Geht das von der Range? Ich glaube es geht immer nur um 4. Ich hatte früher immer so um 4 gemacht. Alle 4 eins. Kein Bock es zweimal zu machen. Genauso habe ich es ja früher immer gemacht. Mal rauswerfen sogar schon. Aber... Ich wollte es mal eine schöne Reihe machen. Und was war's? Ausgereiert. Äh, reiht. Wie geht das so langsam nach hinten? Diese Geräusche... Alter, wenn die nachher... Hey, ich muss die irgendwo abseits aufziehen. Das ist ja Katastrophe. Ist ja jetzt schon schlimm. Wenn die noch Drillinge kriegen. Kriegst du Ohrenkrebs. Voll der Parkplatz hier. Määäää. Hehehe. Hehehe. Die Technikus... Ist bestimmt Technikus mit seinen Geräuschen. Da. Hehehehe. So, also ich habe die eine eingeparkt. Reicht wieder. Okay. Na dann. Einmal. Zweimal. Energie. Ja. Jetzt geht gleich los hier. Optionen. Newborn. Und... Mating on. Let's go. Na dann machen wir was das Zeug hält. Ja. Alle am Herzchen. Perfekt. Perfekt. Das sind aber wirklich früh gekommen. Das sind aber wirklich früh gekommen hier. Also ich sag's euch wie es ist. Also die waren echt früh dran. Ich weiß ja nicht was mit denen ist, aber die waren wirklich früh. Okay. Ist das der... Are they to mate? Der hast du nicht geschafft oder was? Scheiße. Wo ist denn das Männchen hier? Wir haben nicht alle erwischt. Wir haben nicht alle erwischt sag ich euch. Are they to mate? Das Männchen ist das hier, ne? Dann machen wir das hier. Ist... Also... Ach scheiße. Aber das Mutationsding ist nicht mehr da. Egal. Genau. Egal. 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 Komm. Ich muss nochmal ran. Scheiße. Und jetzt? Vielleicht sind das die Ungewandelten oder sowas. Es ist nur der eine oder? To mate? So ist das vielleicht auch ein Männchen. Nicht gesehen? das ist ein weibchen aber sie kann irgendwie nicht geht irgendwie nicht keine ahnung vielleicht gehen doch die umgewandelten nicht aber es ist ja auch nicht schlimm es ist ja auch egal im endeffekt ich wundere mich nur warum also den darf ich aufnehmen sie darf ich auch aufnehmen sie darf ich auch aufnehmen sie nicht sie nicht doch sie auch sie ist halt auch schon mal nur die nicht okay ich frage mir bis die waren ich doch nicht keine ahnung ist halt wild ist halt wild ich müsste hier lassen ach hier sind ja noch welche na dann ich kann nicht reiten auf den oder kommen alle her also auch in sachen ging gar nicht mehr es geht nicht einzeln geht's komm stopp hä wie die kommen nicht was ist mit denen die sind kaputt die sind kaputt das kannst du dir nicht vorstellen die sind einfach kaputt wieso ach so die hängen fest gegenseitig schau mal ja komm jetzt die schafsäle schau mal ich bin ich bin schäfer guck mal an hier ich habe einen vergessen moment einen vergessen kommst du ja die kommen wir wieder zurück jetzt kommen sie was mit dem jetzt will er kommt kommt meine schäfchen kommt komm 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 bitteschön so genau genau ich hoffe die passen hier dahin voll geil voll süß wie die hüpfen ich hoffe die kommen mir alle die treppe hoch jetzt machen die den bogen um den berg da okay 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 ja kommt ja kommt ja hoch kommt ja ja genau okay ja richtig richtig ich glaube wir sind fertig geht leider nicht ich weiß nicht mehr geht bei mir vielleicht wegen der gruppe wie kann man die gruppe ändern 0 jetzt stimmt ich hatte eine gruppe ausgewählt nur beziehen oder sollte ich aussehen also schon mal perfekt oder was willst du mehr ich finde ich finde den ja super geil mit der farbe schade dass er so klein ist hier so ultra geil das lila und rot auch krass also gigantisch auch schön wie die da stehen hier schön wie die da stehen in reihe die anderen sind halt so normal das ist halt nicht so spannend aber der ist halt ultra geil mit der boss auf dem hof man kennt den spruch das lila schaf in der familie typisch hat die schon ihr was gegeben ja eine milch hat sie schon bekommen eine milch hat sie schon bekommen die kleine hier die kleine hier hu ok passt ja du kriegst du zumindest zwei milchen dann ist das 100 prozent safe auf wenn es sowieso safe ist ja kriegst du wenn sie bock hat ja cool du willst du nicht sogar noch die zeit warten damit du nicht dann pennen dass sie dann groß wachsen aber ich hab so schiss wenn sie ja die fressen so viele bären die fressen so viele bären die fressen so viele bären ok ich hab eigentlich ist dann eigentlich egal oder nehm halt die die ich am meisten hab für die kann doch einfach narcoberries zum fressen geben wenn du kennst warum nicht achso die gelben gehen zuerst ok stimmt da sieht man das so dann was sie am liebsten mögen ok gelb sind die amma tinto sind rot da hier am amma berry genau doch sind doch die amma tinto ok 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 und ok 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017